Okay, die nächste Watt. Dieses Mal spielen wir CH Retro Episode und ja, eine Episode 1, so ein Episode 1 Replacement, welches auch den Stil von Episode 1 ein bisschen kopieren möchte. Soll sehr cool sein und für Leute die Episode 1 mögen anscheinend ein Fist. Also bin ich mal gespannt. Okay, 30 Gegner, 2 Secrets. Typisches erstes Level. Da wird noch nicht allzu viel passieren, das dürfte relativ kurz sein. Okay. Zack. Schrotflinte kriegen wir auch direkt. Das gefällt mir auf jeden Fall direkt schon mal. Sehr gut. Ui. Ein frecher Imp irgendwo. Komm, mach die Fässer kaputt. Haha. Noch mal ein bisschen extra Befriedigung bei dem Kill. So. Jetzt die Frage, ob ich es schaffe, diese zwei Secrets zu finden. Wäre natürlich super. Oh. Da habe ich mehr überlebt, als ich gedacht habe. Zack. Gib mir das alles. Oh. Eine blaue Rüstung. Die könnte eventuell in deinem Secret sein. Okay. Da ist auf jeden Fall eine Schrotflinte draußen. Wer weiß, wer weiß. Oh. Da sehe ich was. Haha. Nice. Zack. Meins. Dann können wir den hier auch abknallen. Okay. Oh. Ja krass. Ich habe hier, äh. Ich habe hier noch gar keinen Speicherstand dafür. Das... Äh. Okay. Okay. Ich komme jetzt hier rein. So. Okay. Perfekt. Zack. Aber schön. Beide Secrets. Gefällt mir. Gefällt mir. Das war es auch schon. Na gut. Erster Level. Das ist ja... Äh. An sich immer sehr kurz. Man, ich merke schon, dass ich den Speicherstand anders benannt habe, als sonst. Das... Das triggert mich gerade ein bisschen. Haha. Jetzt muss ich Ihnen nachgucken. Wie ich... Wie der eigentlich heißt und den umbenennen ganz dringend. Aber gut, äh. Ja, was soll man sagen. Ganz ordentliches erstes Level. Episode 1, äh. Stil, ne. Nicht sehr lang. Bin ich sehr gespannt, was da jetzt noch auf mich zukommt. Würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.